Pablo Escobar, der größte Drogendealer aller Zeiten, kommt aus diesem Land. Das Land hat eine Bevölkerung von über 50 Millionen Menschen. Außerdem ist dieses Land weltweit für seinen hochwertigen Kaffee bekannt. Und habt ihr schon herausgefunden, um welches Land es sich handelt? Wenn nicht, habe ich hier noch einen Tipp für euch. Die Sprache, die man in diesem Land spricht, ist Spanisch. Nun, was denkt ihr, welche Farbe entstehen wird, wenn man die Farben dieser Flagge mischt? Es ist der Farbton Moos 70. Nun malen wir das passende Land mit dem entstandenen Farbton aus. Konntet ihr das Land bereits anhand meiner Tipps erraten, dann schreibt den Namen in die Kommentare. Wenn euch unser Content gefällt und ihr möchtet, dass wir damit weitermachen, dann unterstützt uns, indem ihr unseren Kanal abonniert, ein Like und ein Kommentar da lasst. So bleiben wir weiter motiviert, jeden Tag ein neues Video für euch zu produzieren. Wir möchten uns an dieser Stelle für den ganzen Support bei euch bedanken. Dank euch sind wir schon so weit gekommen, aber unser Weg soll hier noch nicht enden. Und deswegen zählen wir weiterhin auf eure Unterstützung. Was sollen wir als nächstes mischen?